und die müssen erhält sich wieder zurück und heute wieder mit ich habe mir mal mein Wort war mein mein Gott ordner gelöscht und mein Gott und dann gibt es einen Punkt mein Gott und habe ich das mal gelöscht und für mein Gott ist ein Mensch verliert darum habe ich jetzt gar keine Mods drauf außer Mottler vor Ort und zu betrachten das wird auch schon reichen denn die Scheißen auf der Zukunft und so ich werde jetzt mit dem Haus denn das ist mir jetzt relativ wichtig weil ich ansonsten Anspruch zu sterben und heute ist auch mein Ziel ich werde nun mal ein Eisenschwert Blutting drauf holen ich weiß nicht wie gut es ist an geht aber wir brauchen dann die die Mutti drauf zu hauen damit ich wieder kommen kann und vielleicht war dann mehr Glück dann kommt und schenkt wohl aus dem Land kauft das ist jetzt ein Ziel es läuft schon mal flüssiger als gestern ob das nicht so vorkommt ich weiß es nicht ob ich auch nicht flüssiger hat wünscht aber auch ein Bier wird schon mal nach oben gehen Beyer und mehr Koppelsohn und Altdienst nach Hause Schauspieler das auch auf dem Weg ist ja oben um mit der Geltung hier bin ich nicht so ganz wichtig auf dem Weg durch doch gewollt doch gewollt den Monter auch auch die Geräte war es mal das ist wo es da mache ich mal ganz schnell Werden mal ganz die Spiegel sind auch gelöscht da ist die Schöpfung die Schöpfe hier ist es natürlich freundlich ich bin schon für mich gelöscht ich bin schon für mich das heißt ich muss auch muss schon nicht auskommen wird sagen so laufen und das wird so und 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 schon so und und los schluss und zu essen st na schüssel drin aber auch darüber das auch noch gut das heißt dort müsste theoretisch wir haben auch schon mal das weiß ich die Frage ist was bringt mir das sehr gefährlich hier ist es kein Feierschaden da schon mal ein Vorteil aber dann noch machen die auch durchschaden ich glaube das kann man etwas überleben mit Feierresistenz oh mein Bein ist eingeschlafen st im Meer und ich glaube wir haben es auch ist wie zu laut und 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 mit dem wir haben uns die schaden und und ich bin das so scheiße stärker gemacht worden die haben ja Kürtel Reifberg oder so 15 Blöcke ich weiß Kürtel auch mit Verlust und Kampfer noch aufpassen dazu unterfallen aber es ist nicht schlimm aber wir haben auch zu steig das ist auch ein Bruch hier kommen wieder ich habe kein Ding Köln für uns den Traum auch nicht so 1 2 mit die Spülschutzverlager verloren das die Blödsinn Blödsinn ja ja sie sind und so wenn die Heizung so darf man schon mal immer noch mal wir sind einfach und extrem wenig wer ist bei der Ausstattung gut nur von dem Mann wie komme ich nach Hause ein theoretisches Leben auch mal mit dem aber nicht wieder vorliegen damit man sagen kann ich ja auch mal kurz und überdrehen bis gleich willkommen zurück und ich weiß jetzt wo wir sind wo wir hingehen müssen und zwar zucker 0 0 genau zu sein 24 und 16 zucker also bräuchte ich ja nicht nachschauen denn ich wollte eh 0 0 gehen denn ich hatte es in erinnerung dass es wo das tatsächlich ungefähr in der nähe von 0 0 war von daher alles easy peasy wieder mal was snacken denn wir haben Hunger das ist gut hier kommt noch das hier weg dann gehen wir schon mal nach Hause zumindest versuchen nach Hause zu kommen lalala dann hoch mit mir eigentlich sollte ich lieber nicht so viel abbauen denn meine Spezialgesprache kaputt aber das mit schlusspiepen denn ich bin nach Hause da lang so um die und wir müssen tiefer vielleicht mal da lang grabe ich mich mal kurz hier raus offenbar Spezialgeball kaputt geht und wein was für sich zu tief für scheiße ist ein stopp nachschauen ich weiß nicht also nun was auf jeden Fall und hier aber wie kommen wir jetzt zu 0 0 nicht unbedingt da dach kommt ihr doch da hoch ein aufgeschüttet wir gehen aber hier hoch und schau mal wie wir zu 0 0 kommen erst mal das hier alles weg und dann sind wir hier in der Sackgassee ok so wirklich weiter geht es hier nicht dann suchen wir mal kurz Silo LP bei YouTube gehen auf meinen Kanal ich glaube das war Folge 11 wo ich im Nether war und ein Screenshot davon gemacht habe ja bin schon relativ nah dran aber dennoch weiß ich es nicht mehr genau Folge 11 gut erstmal tun wieder leiser gemacht bevor das auch mal verlaut wird ja hier ist irgendwie auch so nix man kann ja jetzt aus Nether Rack Nether Brick machen das finde ich irgendwie relativ cool aber dennoch irgendwie total sinnlos weil ich diese Dinger nicht brauche für Leute die da irgendwie was schönes bauen wollen wäre das vielleicht sinnvoll aber für mich ich ich meine Schwestern lädt gerade was hoch von daher habe ich gerade ein relativ langsamer Internet ach muss ich wieder weiter laufen lassen relativ langsamer Internetleitung hätte ich so oder so aber da die noch was hoch lädt dauert es ja umso länger bis das Video lädt wann zeige ich denn die Scholten ah da 74 achso 74 ok also trotzdem noch tiefer 24 also 24 74 16 ok dann erstmal da lang und da lang so gut und noch tiefer na dann mal los die Koordinaten habe ich ja jetzt da stehen wo ihr das nicht seht weil ich nehme ja mit Fraps auf Fraps zeichnet halt nur das Spiel auf was eigentlich recht cool ist zack und so haben wir wieder eine Spitzsacke also alles easy 74 das ist jetzt noch viel viel tiefer eigentlich und weiter nach dort ok wow kein Pigment schlagen das wäre echt katastrophal wenn wir eine Pigment schlagen würden die würden nämlich dann zurückschlagen und das würde bedeuten dass wir sterben würden ja auch was sehen da meine schöne Eickchen das stimmt ich habe keine Optifine drauf so ah ich habe Bobby gut da war los hab ich den auf easy ja ich habe auf easy sehr schön jetzt hier bloß nicht mehr sterben aua 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 stimmt ja ich habe ja gar keine Feuerresistenz mehr gut boah boah wir sind wieder heim mit den Standardtexturen und natürlich ist die Musik auf weil was ist das denn und das mit Maus keine Ahnung was das bedeutet fuck auf wir gehen jetzt mal hier rein hier ist ja gar nichts drin